Und damit herzlich hallo zum nächsten Let's Play unserer kleinen Retro Staffel 2. Es heißt Spider-Man The Video Game und ist, wie man vielleicht am Spielautomaten-Design erkennen kann, ein Spielhallenspiel. Auch genannt, wie gesagt, Arcade Games von Sega aus dem Jahr 91, stand sogar da unten. Mein Gott, warum lese ich mir die ganzen Infos überhaupt durch im Internet? So, hier sehen wir einen der Hauptakteure, Spider-Man. Richtiger Name Peter Parker, bla bla bla, kennt er alles, ne? Hier sehen wir lustige Szenen aus dem Spiel. Man kann auch zu zweit spielen, leider wollte keiner mit mir spielen. Hydro, das hat ein Nachspiel. Da werden sich sämtliche Let's Eats um mindestens zwei Monate verschieben. Wobei ich sowieso der Meinung bin, das wäre alles fies nachgemacht, also... Wir werden sehen. Guckt überhaupt irgendwer zu, den ich jetzt beleidigen könnte, wenn ich böse Sachen sage? Ne. Ah, gut, hier kann ich mal kurz auf Pause drücken. Hier sehen wir jetzt nämlich unsere vier Hauptakteure. Spider-Man, Narmor, Black Cat und Hawkeye oder H.I. So alt sieht der gar nicht aus. Oh Gott, ich hab's für Sarah's da geguckt. Also, ja, wir haben hier eine Story in vier Akten, in denen es um mystische Artefakte geht. Und wir können uns als Spieler aussuchen, wen von diesen vier Hampeln hier wir spielen wollen. Da es hier ein Spider-Man-Let's Play ist, werden wir höchstwahrscheinlich die meiste Zeit über als Spidey oder Black Cat durch die Gegend rennen. Aber ich werde, wenn wir mal sterben, auch mal als Name oder H.I. durch die Gegend ziehen. So, jetzt aber genug gelabert. Ich werde mal ein paar Münzen einlegen. Spider-Man. Yay. Spider-Man. Spider-Man. Ist toll, oder? Jedes Mal, wenn ich eine Münze einlege, sagt sie... Spider-Man. Oh, das waren jetzt zwei auf einmal. Übrigens, das Spiel hat Ton nur im... Spider-Man. Im Startscreen nur irgendwie nicht. Spider-Man. Spider-Man. Manchmal hat es einen Doppler drin, kann das sein? Spider-Man. Spider-Man. So, neun Münzen, mehr ist leider nicht drin. Das heißt, ich kann hier jederzeit welche nachlegen, aber... So, ich drücke jetzt mal Start, damit wir endlich anfangen und hier aufhören mit dem Labern und ihr auch mal was vom Let's Play habt. Also, viel Spaß bei Spider-Man The Video Game. Mein Gott, ist der Titel schön kurz. Und da haben wir auch schon Musik. Das Tolle ist, das Ding heißt Spider-Man Video Game und der erste Charakter, den man hier auswählen kann, ist Hawkeye. Hä? Gut, ihr beiden steht auf dem Treppchen, ne, auf Platz 1, aber... Hä? Hä? Spider-Man. Ja, ich weiß, das ist Spider-Man. Hm, Spider-Sense-Tingling, Signaling-Dangere. Müslischer Powerstab. Lass uns gehen, Spider-Man. Ah, gut ist es. Das sind allgemeine Soundprobleme, ich sehe schon. Haha. Wie man sieht, ich kann Sachen kaputt machen. Spider-Man bewegt sich um jetzt die ganze Zeit über so lahm. Boah, ey. Uh, und hier haben wir schon den bösen Foot-Clan. Ich weiß, der gehört voll zu Spider-Man, aber hey. Der wollte nicht schon immer gegen gesichtslose Maranitten antreten. So, das hier kenne ich alles schon aus meinen Testaufnahmen. Da gab es einige. Da muss ich erst mal alles zum Laufen kriegen. Dann die Knöpfe konfigurieren. Das erste Mal habe ich den Controller gar nicht richtig hinbekommen. Ich musste mich hier mit Tastatur durchmummeln. Ja! Hehehe. Spider-Man. Ja, ich habe nur noch eine Münze nachgelegt, weil mir gerade danach war. Super. Wir haben sogar wieder Eggballs dabei. Und ja, ich glaube der Foot-Clan wird zwar ziemlich schnell alt, aber ich werde ihn trotzdem weiterhin benutzen. So. Case-Expert. Ist doch der komische Laster, der gerade dann uns vorbeigefahren ist. Kann das sein? Fällt mir jetzt erst zum ersten Mal auf. Nach all den... Ist das überhaupt Experts? Ne, Express ist es. Ah. So. Ich werde übrigens nicht vorlesen, was in dieses Sprachbubbeln da steht, weil... Echt? Da muss ich mich gerade auf andere Sachen konzentrieren, nämlich nicht zu sterben. Alright. Wuhu! Oh, oh. Now the Venom is free. Now the Venom is free. Wir sehen hier also Venom, ne? In der Blütezeit. Kurz nach seiner Geburt, könnte man sagen. Damals war er noch in und keiner schrie nach Carnage. Weil wer braucht Carnage? Billige Imitationen. Genauso wie Toxin und wie all die anderen Leute heißen. Der Flash-Thompson-Venom ist auch so ein Ding, was ich... Oh, nee. Geh mir weg. Allein die Existenz dieses Flash-Thompson-Venoms lässt mich immer wieder bangen, dass wenn irgendwann mal ein Venom-Film rauskommt, sie nicht Eddie Brock, sondern diesen halt Typen nehmen. Aha, Venom besiegt. Äh. Meine Tafel, das weiß ich was. Äh, ja. Da hat die Hälfte schleimt gefehlt, ich sehe schon Hilfe. Guck mal, jetzt können wir sogar Netz schießen. Und erstmal Gesundheit einsammeln. Buhu! Ich muss mir so einen Sound aufheben, ist fast so geil wie der Wilhelm-Schrei. Aber nur fast. Der Klassiker überbieten ist so eine Sache. Yeah! Das war ja gerade geil. An wen erinnern die mich denn noch? Ich glaube, da gab es mal irgendeinen X-Man, der so aussah. Oh, cool. An Wänden krabbeln können wir in diesem Spiel auch. Gibt es hier heute noch Gesundheit? Nö. No more fish tank. Aha. Warum steht der hier einfach so rum? Ich habe ein S. In meiner Welt bedeutet es Hoffnung. Hier heißt es eine Submarina. Eigentlich sollte der Werbung für Subway machen. Sogar die Farben hauen hin, oder? Huch. Hier wie Spawn hier die Typen. Du willst auch sehr nett von Videospielhallen spielen. Da unten mein Leben läuft mit der Zeit an. Drecksack. Los, komm. Ich netze dich alle. Komm ich irgendwie runter? Nee, wa? Muss er erst selber kaputt machen. Hey, Venom muss. Ja, geht doch. Ha, 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 ha. So. Jetzt netze ich dich alle. Venom besiegt. Oder doch wieder nicht. Es geht jetzt übrigens einige Male so. Weil Venom ist unbesiegbar. Den kann man so oft bringen. Das stört niemanden. Ich komme ganz schön lange durch. Bei meinem ersten Lauf habe ich jetzt schon zweimal neu starten müssen. Da wusste ich aber auch nicht, dass ich netze schießen kann, also. So. Große Klappe, gleich bin ich tot. Pass auf. So wie immer. Rapid Fire. Netz. Hey. Ich will die tolle Steintafel haben. Mystischer Stein. Komm zu mir. Ich habe jetzt übrigens in den Tod gestürzt, weil ich hier eh kein Geld bezahle. Und das ist so einfach. Jetzt kriege ich eigentlich Energie? Nö. Ach, verdammt. Ich wollte jetzt kurz testen, ob ich Energieabzug kriege, wenn ich irgendwo runterfalle. Aber jetzt bin ich hier wieder im Foot Clan-Modus. Wo war ich? Venom. War so lange cool, bis irgendwer auf die Idee kam, hey, Eddie Brock hat jetzt Krebs. Verursacht durch Venom. Macht Sinn, aber... Nee. So, dann ging der Anzug weiter an irgendeinen komischen Mafiosi. Wie hieß der Alvo? Keine Ahnung. Er ist ziemlich schnell gestorben. Weil der Symbiont was gegen ihn hatte. Dann ging der Symbiont weiter an McGargan, wo ich mir auch dachte... Och, Alter. Scorpion, echt? Wobei das dieses Spiel hier irgendwie lustiger macht von Anfang her. Und ich bin tot. Continue, natürlich. Und ich wähle... Ach komm, wir haben gerade so schön... Submariner. Submariner. Vielleicht mal eine Münze nachlegen. Spider-Man. Nee, das ist nicht Spider-Man. Das ist der Submariner. Boah, ey. Kannst du auch was, Junge? Jedenfalls... Eddie Brock, Krebs, Venom, verkauft. An Pavalo, Avalo. Keine Ahnung, wie der Typ ist. Ich müsste jetzt im Comic nachgucken. Habe ich aber gerade keinen Nerv, das rauszukramen. Während ich hier Leute verklo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-pe. Foot, 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 hand. Wird es auch schön, wie sie im neuen Ninja Turtles Film versucht haben, den Foot Clan vom Namen her logisch zu erklären. Das ist ein Fest. Ist übrigens nicht so katastrophal, wie man ihn vielleicht annehmen könnte, wenn man Transformers 4 gesehen hat. Nur weil Michael Bay draufsteht, merkt man zwar Michael Bays Signatur, aber es ist kein reiner Michael Bay Film, was ihm im Film relativ gut tut. Es ist kein Meisterwerk, aber man kann sich den angucken. Oh, der war schön. Den soll ich öfters machen. Bei Spider-Man hat der Move nie funktioniert. Bei ihm jetzt auch nicht mehr, verstehe. Hä? Hampelmann, kann ich jetzt weitergehen? Der lebt ja immer noch. Nein, Kingpin will den Stein. Welch Wunder. Hey, Tuxedo Mask. Oh. Game over. Oder doch nicht. Ich sag's zum dritten Mal. Der Anzug ging weiter zu so einem dämlichen Mafiosi. Lass mich los. Der ziemlich schnell gematscht wurde. Symbolisiert durch das Herunterfallen einer Melone, wie man das so macht. Und dann ging der Anzug weiter zu MacGarden. Warum auch immer. Seitdem hat er MacGarden diesen Anzug. Ja, ich will weitermachen. Und diesmal als Hawkeye. 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 Wow, Hawkeye. Ich glaube, er fährt öfters mit dem Spiel. Ich mag, wie sie Hawkeye sagen. Spider-Man. Na ja, ich weiß. Es ist ein Spider-Man-Spiel. Venom ist down. Nein. Scheiße. Mit Hawkeye besiegt das Level. Bingo. Hm, Spider-Sense-Tingling. Signal, kein Gefahr. Chapter 2. Let's go, Spider-Man-Man. Verdammt, ich will wieder Spider-Man-Spiel. Ein Chapter. Das ging jetzt relativ schnell. Wenn es wirklich vier sind. Es gibt Walkthroughs im Internet. Die gehen eine Stunde. Das ist jetzt eine Viertel gewesen. Und noch nicht mal. Könnte sogar hinkommen. Dass ich gar nicht so doof bin. Und ich wollte das Wald spielen. Nicht Loser. Man wird halt schneller fertig mit dem generischen Geklopper. So, jetzt aber. MacGarden war Venom. Und dann wurde er zum Dark Spider-Man. Weil es ja dann die Dark Avengers gab. Und es wurde alles ganz schlimm. Das ist so, als würde man Rhino-Venom geben. Das ist irgendwie, dass das. Oder was haben wir noch für einen schönen Vergleich? Als würde man. Ja doch, als würde man Rhino-Dog-Ocks Arme geben. Oder Harry Osborn zum grünen Kobold machen. Ich sehe gerade, die haben öfters schon Gegner versaut. Das war sowieso lustig. Irgendwann war ziemlich lange Zeit der grüne Kobold. Sozusagen als Spider-Mans Hauptgegner gehandhabt. Nach diesem kleinen Zwischenschwall auf der Brücke. Nicht einem Urturm. Dann war Dark-Ock auf einmal der große Macker. Dann kam Venom. Und irgendwie seitdem hatten wir gar keinen großartigen Gegner mehr. Der als Erzfeind gehandhabt wurde. Außer als immer wieder den grünen Kobold. Weil er halt, ja, Kinofilme und so, ne. Dabei, ich weiß nicht. Mr. Negativ ist jetzt vielleicht kein gutes Beispiel. Aber Morlon zum Beispiel. Morlon könnte ein super Erzfeind sein. Ich meine, der Typ hat Spider-Man immerhin getötet. Er war der erste. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft das mittlerweile schon passiert ist. Yay. Und zwar sowieso in der Zeit, wo Marvel irgendwie anfing. Ey, wir wollen Sonys Rechte zurückhaben. Also versauen wir Spider-Man. Unterstelle ich jetzt einfach mal. Genauso wie sie gerade Wolverine töten. Das macht irgendwie alles keinen Sinn mehr. Ne, also Morlon war irgendwie cool. Es war kein verrückter Wissenschaftler. Es war kein schiefgegangenes Experiment. Es war kein, weiß ich was. Es war einfach nur Mystik und Wahnsinn. Oh, Connors. Ja, ich sehe schon. Alter, Hawkeye, stirb mal. Könnte ja nicht sein, dass er hier alle Spider-Man-Gegner fertig macht. Könnte ich eigentlich wechseln? Ne, oder? Ne, nur Pause drücken. Foot, foot, foot. Hand. Victoria. Ja. Mal sehen. Vielleicht kommt da noch irgendwann ein klassischer Spider-Man-Gegner dazu. Ganz großer Favorit ist derzeit auch... Oh. Und schon ist er kaputt. Ja, da kommt wieder Spider-Man. Richtig. Ganz großer Favorit wäre ja auch... Oh Gott, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Verdammt, ich mache erst mal die Echse alle und dann geht's weiter. Das ist so dimmig. Good night, Lizzy. Oh, oh, was ist denn jetzt wieder Phase? Oh, nein, 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 nein. Ach du Scheiße. Oh, ich wollte doch, ich wollte doch Gesundheit. Okay. War eine dumme Idee, das Ding zu besiegen. Ach ja, Mephisto wollte ich sagen. Mephisto ist ja noch so ein Kandidat für Ernstfeind, weil der alles scheiße gemacht hat. Ne, ich erinnere da nur, one more day and brand new day und was noch alles gemacht wurde. Noch lange nicht so schlimm, wie es ins Past, aber... Zurück zu Venom. Juhu, ey. Ich verplepper hier, glaube ich, mehr Gesundheit, als ich... Einsammeln. Haha. Aua, aua. Go down. Wie mache ich denn das? Ah. Okay. Was ist denn das hier? Achso. Ich muss jetzt schon auf das Bild warten. Aua. Oh, oh. Sieht noch jemand Elektro? Das Tolle an so einem Beat'em'up ist, es ist unwahrscheinlich, dass man was anderes machen muss, als draufhauen. Ach du Scheiße. Das hier ist auch so ein Münzen-Dieb. Continue. Elektro klingt wie so ein Tonfehler. Aua. Hier hau' ich jetzt aufs Maul. Haha. Schnupper Gas, Bösewicht. Und jetzt? Achso, da lang. Huii. Aber ich möchte nicht wissen, wie auf die grandiose Idee kam, Flash Thompson den Venom-Sympianten zu geben. Das war so das Grausamste, was, glaube ich, passieren konnte. Zumindest aus meiner Sicht, weil ich Flash Thompson nie leiden konnte. Achso, jetzt soll ich nach hier. Und wie soll, wie stellst du dir das vor, dass ich nach da gehe? Hä? Ach, da geht's rein. Oh. Kingpin. Dem könnte dieses Luftschiff gehören. So, hier mal die gute Nahaufnahme. Aus den Sprites könnte man, glaube ich, super Mugen-Charaktere machen. Was auch geil war, war, als in diesem einen Wort If der Venom-Sympion sich nicht mehr Garten gesucht hat, beziehungsweise von ihm abgeflossen ist, und dann zu diesem Viada-Ding gedingst ist. Geschleimt. Als sich Peter irgendwo als Kokon aufgehanden hatte, um sich zu entwickeln. und dann Poison erschaffen wurde. Das war geil. Viele dieser Wort If-Stories haben super Potenzial. Nur leider wird das nie... Genau. Wird das nie in den Kanon aufgenommen. Bei der Kanon, da muss Spider-Man ja natürlich unangetastet bleiben, aus irgendeinem Grund. Naja. Eigentlich schon ganz gut so, weil sonst hätten wir jetzt immer noch den Superior Spider-Man. Spoiler verleute ich nicht den deutschen Comic-Läsern. Echt, Leute, was habt ihr erwartet? So, sterbe ich, wenn ich die hier kaputt mache? Ah ja. Kawabanga! Jetzt hätte ich gerne wieder meinen Enterhaken, um die Leute kaputt zu schießen. Oh, die mache ich jetzt alle kaputt, die Fässer. Tut mir ja so ein bisschen leid für euch, ne? Es könnte ja Energie drin sein. Ja! Rauf, runter, links, rechts. Kommt, Leute! Das muss damals echt extrem ätzend gewesen sein, wenn du so ein Kind in der Spielhalle hattest, das haufenweise Münzen hat und die ganze Zeit das Spiel gespielt hat, das du spielen wolltest und kein anderer Automat davon verfügbar war. Denn eine Münze nach der anderen eingeworfen hat. Ja, continue. Und wieder als... Spider-Man! Ich kann mir schon vorstellen, warum Heimkonsoren so cool waren irgendwann. Es musste halt nur die Grafink endlich soweit sein, dass die Spielhallenautomaten übertrumpft haben. Was ja dann auch irgendwann passiert ist. Gibt es heute Tage überhaupt noch Spielhallen? Ich bin mir da gar nicht sicher. Bestimmt irgendwo so ein paar kleine Exoten, aber so an sich. Also wie Internetcafés. Die gibt es, glaube ich, auch noch kaum. Oh, oh, hey, Gobi! Wie ist das denn? Eigentlich sind wir nicht mehr Black Cat. Das hätte ich mir jetzt irgendwie... Da hätte ich mich jetzt töten lassen. Oh, der Goblin Blitzfinger. Hat auch keiner umgesetzt in Filmen. Warum nicht? Nein, wir müssen ihm Bluetooth-Ohren geben. Wir haben einen Kobold, der mutiert. Weißt du, wir haben wirklich schon einen mutierenden Kobold. Und seine Ohren, bei einem Schauspieler, der sowieso schon Kobold-Ohren hat, sind ein Bluetooth-Set. Echt jetzt? Also manchmal verstehe ich Sony nicht. Sehr oft verstehe ich Sony nicht. Ich habe mir mittlerweile festgestellt, das ist alles Abi Arads Schuld. Ach du Scheiße. Spider-Man! Ach du Kacke. Komm runter, du Depp! Autsch. Das ist wieder so eine Münzen-aus-der-Tasche-Stage. Alter. Boah! Konzentration. Wo ist der Sack? Boah! Spider-Man! Boah! Ich würde jetzt gerne mit irgendwas, also, ne? Krass, ey. Vor allem ist der Spinner hier auch so langsam, du kommst gar nicht hinterher mit Ausweichen. Wird schön sagen, ich treffe ihn jetzt nicht mehr ein. Aua! Aber noch ist alles lustig, ich fall immer wieder drauf rein. So, jetzt mal kurz Konzentration, ich werde schweigsamer. Hoah! Das hat mir genau gar nichts gebracht. Das ist jetzt vielleicht für den Zuschauer etwas langweilig, aber boah! Ah, der Trick ist nicht ausweichen. Ja, verdammt, ich habe versucht, ihn zu erwischen. Erwischt ihn zu versuchen, ich sehe schon. Boah, krass ist der Typ drauf. Ich bin so tot. Aha, habe ihn aber mitgerissen. Ich bin Spider-Man, der Rentner. Nordic Walking ohne Stöcke. Verdammt. Immerhin, diesmal hat er mich nicht umgelatzt. Ich bin zwar in 15... 150... keine Ahnung, wie viel Sekunden tot, aber... Eigentlich bin ich bei der nächsten Bombe kaputt. Das war Absicht. Spider-Man! 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 Ob ich einen Krönzähler einbaue? Bin ich so nett? Naja doch, ich glaube, das ist jetzt hier nicht so katastrophal, wie der Todeszähler im ersten Gameboy-Spiel. Das geht noch. Der war ja wirklich eine doofe Idee, habe ich im Nachhinein festgestellt. Alter! Halbe Stunde Endkampf gegen Kobold. Yeah! Das Publikum tobt. Ich habe mittlerweile ganz vergessen, worüber ich gelabert habe. Ich glaube, es waren coole What-Ifs und sowas. Bei denen ganz gut ist, dass sie nicht... Weißt du, Sachen, die What-Ifs sein sollten, die gibt es leider nicht. Also, die sind im Kanon drin. Halt so Sachen wie Sins Past. Ne? Vergangene Sünden. Die eigentlich der Out-Thor mit Mephisto auch noch retkonnen wollte. Aber nö, Marvel meinte genau diesen Teil des Spider-Man-Universums. Den müssen wir drin behalten. Die Kobold-Vergewaltigung von Gwen Stacy muss drinbleiben, aber Poison ist zu viel. Too much. Geht nicht. Die Hochzeit mit Mary Jane kann nicht sein. Ne, müssen wir rauszuschmeißen. Aber alles Schändung von Gwen Stacy Charakter immer. Ich verstehe es nicht. Ich treffe ihn noch nicht mal. Ich bin so ein Loser. Und schon wieder knapp bei Energie. Ich bin ausgewischt. Aber ich bin ausgewischt. Ich bin getroffen worden. Selbst wenn ich da stehen bleibe und auf ihn einprügel, treffe ich ihn nicht. Die Hitbox muss auch super sein in dem Spiel. Wahaa, Tower-Banda! Oh, noch zwei Schläge oder so, wa? Ja, okay. Drei vielleicht. Na? Oh, Sachblos, es geht noch weiter. Hoffentlich steigt er nicht nochmal auf seinen Gleiter auf. Hier, du Sack. Friss Faust. Nicht ich, du. Du musst doch mal deinen Spring-Move machen. Ja, der geht doch nicht. Also nicht so oft. Yeah! Von 75 oder so. Yeah! Jetzt hat Spider-Man diese merkwürdig aussehende Pose.